Der Kern eines guten Films ist immer eine Geschichte, denn sie verknüpft ihre Themen mit alltagsnahen Fragen und schafft so Identifikation. Gehen Sie hierzu auf Erkundungstour durch Ihr Unternehmen. Welche Geschichten warten darauf erzählt zu werden? Beginnt Ihre Geschichte mit der Grundsteinlegung oder mit einer Forschungsfrage, die unseren Alltag in Zukunft verändern wird? Was ist spannend und kann visuell in Szene gesetzt werden? Aber Vorsicht! Karge Büroräume erzählen oft so wenig wie ein weißes Blatt Papier. Überlegen Sie sich daher gut, welche Bilder Ihr Thema visuell transportieren. Die Form der Erzählung kann dabei variieren. Ein Recruiting-Film stellt Ihr Unternehmen potenziellen Mitarbeitern vor. Dokumentarisch oder animiert, Hauptsache er vermittelt Ihre Kernbotschaft oder Unternehmensphilosophie. Fangen Sie dazu bitte nicht an zu rappen. Denn verstellte Coolness wird schnell mit einem Shitstorm abgestraft. Zeigen Sie Ihr wahres Gesicht oder das eines Mitarbeiters. Ein Statement-Clip vermittelt Inhalte auf persönliche Weise. Denn wir folgen einer Person, die schon Erfahrung im Unternehmen gesammelt hat. Bitte rücken Sie dabei keinen väterlichen Erklärbär ins Bild, sondern jemanden, der mit Passion berichtet. Denn auch hier gilt, mit Emotionen verbundene Fakten bleiben hängen. Sie sehen, eine gute Geschichte ist das A und O einer jeden Filmproduktion. Und nun viel Erfolg beim Geschichten erzählen.